Viva la Move Illusion Wo ein bestimmter, bärtiger, junger Mann, freudeversprühend, schon in der Ecke wartet. Darauf, dass ich ihn anmoderiere, aber vorher muss ich mich natürlich selbst vorstellen. Mein Name ist Corby und der Mann, den ich gerade angekündigt habe, kommt jetzt hier mit weit ergriffenen Augen und sieht bestimmt alles. Hier ist der Kani. Hi Kani. Hallo. Na, wie geht's? Ja, du. Ja. Wie soll es mir schon gehen? Ja, hervorragend. Ach so, dann geht's mir super. Das Wetter ist schön. Ja, eben. Das Wetter ist schön, kann man sich mal aussitzen, kann einmal ein Buch lesen, kann das Lego, das ich von der Hand putze, zum Trick gehen in die Sonne rauslegen. Man muss es nicht mehr vier Tage in der Bude liegen lassen, bis es Trick geht ist. Okay, okay. Also ich bin wunschlos glücklich. Ich hab gedacht, du bist eher deswegen glücklich, weil wir unseren richtig tollen Film hochgeschaut haben. Ja, dieser hat so meine Stimmung auch beigetragen, weil der schon fabulös war. Fabulös, fabulös. Gibt's das Wort, keine Ahnung. Ja, jetzt schon. Jetzt schon. Da haben wir einen Film des berühmten Regisseures Wes Anderson angeguckt und ihr werdet euch jetzt denken, ja, ja, sie reden über der fantastische Mr. Fox. Und es laufen schon ein paar Leute irgendwie ohne Hosen durch die Wohnung und denken, das ist der geilste Tag der Welt. Nö. Warum nicht? Das kommt irgendwann. Das wird mal so das gerade Finale, gerade Final. Ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Ja, vielleicht so, aber ich glaube eher, dass die Leute drinnen sitzen und sagen, Wollecke, Wes Anderson, reden wir mir endlich über Eisel of Dogs. Eisel, Eisel, Eisel. Ah Gott. Ich hab mich so gefreut, als du gesagt hast, wir machen was über den Wes Anderson. Einmal. Endlich kommt Eisel wieder vor. Eisel, Eisel. Einmal. Verspricht man sie da und dann wird einem das sein Leben lang vorgehalten. Free Eisel Estina, glaube ich, ist mittlerweile ein Hashtag, der rumgeht. Die wollten es wieder hören. Wir haben ihn weggesperrt, aber es ist wieder da, Eisel. Nein. Wir haben uns einen Film auf Netflix angeguckt. Er dauert nur 39 Minuten und ist somit ein Kurzfilm, der sogar einen Oscar gewonnen hat. Und vielleicht kommt jetzt schon der eine oder andere drauf oder er näht. Dann war es schon dumm. Ja, wer schaut schon Kurzfilme? Pff, der Mike. Karne, wie war's denn der Film? Ich sehe, was du nicht siehst, ist der deutsche Titel. Und im Original hast du irgendwas mit The Wonderful Story of Henry Sugar. Richtig. Wie man den selbstverständlich als ich sehe, was du nicht siehst, übersetzen kann. Hervorragender Schachtzug. Ich wollte auch sagen, also der Shit ist deep. Da musst du erst einmal drauf kommen. Das fällt dir nicht einfach so ein. Aber ja, die werden es schon wissen, was dann, oder? Wie man schon so schön sagt. Am Ende ist es eher eine Plattform. Ja, wobei es diesmal nicht die Filmmenschen waren, die den so genannt haben, sondern es ist tatsächlich die deutsche Übersetzung dieser Kurzgeschichte der ursprünglichen vom Verschriftsteller Robert Dahl aus dem Jahre 1977. Und Karne, da ja du der Ältere von uns beiden bist, wie war denn das damals für dich, als dieses Buch rausgekommen ist und was hat das in dir ausgelöst? Das war Wahnsinn. Wir haben damals schon vor der Bibliothek gezettelt, eine Woche davor. Das können sich die Jungen heute nicht vorstellen. Das machen sie heute gerade, wenn ein neues Playstation rauskommt oder ein neues iPhone oder so. Kein, das war es schon. Aber dass du wirklich für ein geschriebenes Werk, das ist zuletzt bei Harry Potter basiert. Ja, richtig. Und davor nur einmal beim Roald Dahl seiner Kurzgeschichtensammlung. Ich glaube, es waren es derer sechs in diesem Buch. Nein, es waren sieben, oder? Kann auch sein. Ich weiß nicht mehr, das ist lange her. Okay. Davor sind wie viele jetzt verfilmt worden? Vier? Fünf? Drei. Nein, vier, oder? Ich glaube, du hast recht, ja. Kann sein, ja. Genau, weiß nicht. Ich habe nämlich auch nicht alle angeschaut. Aber ich glaube, alle von Wes Anderson. Und ich werde mir jetzt erst, nachdem du gesagt hast, hey, mach mal was zu, ich sehe was, was du nicht siehst, habe mir gedacht, ja, dann habe ich jetzt einmal einen Grund zum Anschauen. Weil mir ist es auch schon mal vom Kumpel empfohlen worden, dass man diese Quipz-Filme mit dem Benedikt Cumberbatch, der auch hier in der Hauptrolle ist, anschauen soll. Das hört ab, du sagst, der auch hier im Podcast ist. Benedikt, komm, komm, hör aus, ey. Schau, einer, komm, komm, uh. Bene, 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 Bene. Nein, 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 nein. Was? Das wollte ich dich gerade fragen. Tja, Pech gehabt, Pech gehabt. Ich habe jetzt schon von meinem Erlebnis erzählt, als ich damals 1977 vor der Bibliothek Zweierstorf beim Rathaus gezeitelt habe. Genau, weil es im Waderstorf eine Bibliothek gab. Jo, wirklich. Als sie das Rathaus reingebaut haben, haben sie eine Bibliothek hingestellt. Ja, ja, damals, oder? Mit dem Doc, als er dann sein DeLorean da... Da hältst du jetzt ein Schwarzer, halt. Da haben sie eine Bibliothek gegeben. Da habe ich mich nämlich als Jungspun voll gefreut, dass ich endlich irgendwo einige ganzen Bier hier ausleihen und so. Okay. Ich könnte aber nicht sagen, ob es die Bibliothek noch gibt. Ja, es geht um den Henry Sugar, so wie du das ja schon sehr schön gespoilert hast durch den Originaltitel. Und der Henry Sugar erfährt durch eine Kurzgeschichte oder durch ein Buch davon, dass es die Kunst gibt, ohne Augen sehen zu können. Und das lehrt er praktisch dann oder das lernt er sie dann innerhalb des Buches und trainiert es dann. Und als er dann das selber kann, merkt er, hey, voll geil, jetzt kann ich erst mal beim Blackjack hier alle ausziehen. Und dann hat der sehr viel Geld. Und dann merkt er auch, Geld ist nicht alles. Und dann, tja, was dann passiert, das schaut sich selber an. Genau. So einfach, wie ich das gerade erzählt habe, ist der ganze Film allerdings nett, weil es ist natürlich Wes Anderson. Und es ist auch in dieser Kurzgeschichte anscheinend sehr verschachtelt, weil es geht erst mal darum, dass man sieht, wie der Schriftsteller Roald Dahl dieses Ding schreibt. Dann geht es in dem Ding um den Henry Sugar, das praktisch über sein Leben erzählt. Aber da er ja ein Buch findet, das dann da drin wieder erzählt wird, wird dann in dem Buch erst mal von irgendeinem Typen verzeiht, der halt diese Fähigkeit hat. Und der verzeiht dann wieder Gesundheit. Und der erzählt einem wieder, wie der dazu kam. Und das wird halt dann irgendwann, also Inception-mäßig. Voll. Und das ist halt richtig geil. Ja, du bist auf verschiedene, du kannst eigentlich sagen, dass man pro Person auf einer anderen Eisel ist. Ja, und das ist mal wieder ein Bomben-Cast, weil wenn der Wes Anderson einlädt zum filmischen Spiel, dann können wir uns alle wieder hergekrochen. Da können wir uns richtig aufgeschissen. Da hast du alle da. An Ralf Finet. Ja. Mein Gott, echt. An Cumberbatch Bene. An Kingsley Bene. Ja. Dev Patel. Richard Ayoade. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Agatino Trimarchi. Kennst du nicht, gell? Was? Nein. Ja, ich auch nicht. Hat nicht einmal ein Beutel auf IMDb, was ist das für ein Loser? Aber der Richard Ayoade, keine Ahnung, die kennt man ja unter anderem von der IT-Crowd. Weltklasse Schauspieler. Habe ich noch nicht gesehen. Was? Oh Gott. Habe ich leider noch nicht gesehen. Dass ich überhaupt mit dir befreundet bin, das ist schon ein Wunder. Ich wollte es einmal anfangen, aber dann war ich müde. Dann habe ich mir gedacht, nein, dann möchte ich erst einmal dabei bleiben und dann habe ich es irgendwie wieder vergessen. I'm so sorry. Aber das erklärt jetzt, warum du immer so traurig bist. Ja, es kommen immer mehr Sachen auf. Ja, also unbedingt schreibst du auf, IT-Crowd. Schreibst du jetzt auf. Habe ich, habe ich. Gespeichert hier. Ah ja, okay. Dev Patel kam auch Hauptrolle gewesen in The Green Knight, den wir zwei ja romantischerweise im Kino erlebt haben. Das war echt richtig toll, das ist ein Fuchsvollkämmer in dem Film. Ja, das war richtig, das war richtig schön, ja. Das war richtig schön. Und auch Monkey Man hat jetzt mitgespielt, aber den habe ich leider im Kino versammelt. Der soll ja auch sehr gut sein, aber seinen Durchbruch hat er 2008 mit Slumdog Millionär gehabt. Den kenne ich. Den kenne ich. Den kenne ich. Ich fragte sie, ja, das ist aber bei 2019, war ich 8, 14, 3 gemerkt, 2 im Sinn, ja ungefähr. Aber ich war nicht gleich so heiß drauf, wie man hätte sein sollen, weil der Film wirklich sehr gut ist. Ja, aber zurück zu, ich sehe was, was du nicht siehst. Alle genannten Schauspieler sind doppelt gecastet worden. Ist das nicht verrückt? Das ist crazy as fuckboy. Ja, voll, oder? Das ist crazy as fuckboy. Das war in der Kommentar, echt. Also, jeder dieser Schauspieler spielt zwei Rollen und am coolsten findest du natürlich an Ben Kingsley, weil er diesen, na, wie hat er den genannt? Ihm dat Kahn. Ach ja stimmt, Ihm dat Kahn. Er war ja nicht der Yogi. Nein, nein, der Yogi war der, von dem er das gelernt hat, völlige Konzentration zu beherrschen, um dann die Fähigkeit des Sehens ohne Augen zu erlernen. Ja, 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 so war's. Ben hat er dann noch gespielt, Doppelrollen, jetzt pass auf. Der Ralf Feinz hat ja den Roald Dahl gespielt und dann später nochmal, ähm, als er nochmal gekommen ist, ja, Donizisten. Den Polizisten. Genau. Der ist richtig sauer, weil er Geld umeinander wirft. Was soll das denn? Ja. Stimmt, ja. Und der Ben Kingsley war nochmal so ein Kopier. Ja, genau. Und dann der, ähm, der andere, wie ich ja gesagt habe, der Dev Patel oder Patel oder was weiß ich. Heißt doch mal gescheit, was ist mit euch. Den einer Typen, der dann seine Finanzen verwaltet. Genau, ja, genau. Ja, doch, ja, ja. Schon langsam gräßt zusammen. Ja. Schon langsam gräßt zusammen. Wow. Ich finde ja besonders an dem ganzen Ding eben die Aufmachung von dem Film. Also erstens mal ist ja die Erzählweise cool von dem, dass man eben, okay, ich erzähle die Geschichte über den Typen und dann wandert ich in die Geschichte, die ich über den Typen erzähle. Der dann die Geschichte über den Typen erzählt und ich wandere immer tiefer in die Geschichten eine und dann halt zusätzlich diese Aufmachung, dass da das alles ausschaut, als war es offensichtlich ein Theaterbühnenstück. Und das fand ich, da war ich gleich voll begeistert davon, als der Ralf Feinz da aus seinem Haus rausgeht und dann fährt das weg und das andere fährt runter und dann wechselt da die Szene zu dem anderen und er geht einfach rüber in das nächste Bühnenbild und das zieht sich halt dann so schön durch den ganzen Film durch. Und ja, mit Szenen, mit Szenen Besonderheiten, da hat man mich immer gleich mal an die Eier, da könnte ich dann auch, wenn jetzt der Film starke Schwächen hätte, da könnte ich viele Augen zudrucken, bis ich sage, das ist ein Scheißdrick, glaube ich. Ey, Wahnsinn. Allein diese Szene, wie er in die Bibliothek geht. Und dann siehst du gerade noch, wie er da gerade die Tür hier stellt und dann kommen dann einfach die Regale von oben runter. Boah. Also das ist einfach Weltklasse-Arbeit. Das ist so gut. Unglaublich. Und an Ben Kingsley sei, unter dem Film umkostümieren. Mit seinen geilen schwarzen Haaren aus der Ohr wascheln. Und dann eben auch diese Erzählweise, weil die Dialoge sind so, als ob sie das Bier hier vorlesen. Und es ist ja vor allem, am meisten fällt es ja dann auf bei dem Dev Patel, ich nenne jetzt durchgehend Dev Patel, keine Ahnung, ob man es ausspricht. Es ist mir scheißegal, wenn er sich beschweren möchte, dann vivalamovillusion.gmail.com. Wenn er dann sein Part erzählt und dann immer so, daraufhin sagte ich, und dann sagt er seinen Text, daraufhin sagte ich dann weiterführend, und dann sagt er wieder seinen Text und dann daraufhin antwortet er mein Gegenüber, dann sagt er seinen Text, das ist so geil, also ihr habt das so gefeiert. Das würde, glaube ich, beim Langfilm anstrengend werden, aber bei diesem 40-Minuten-Ding ist das genau richtig, finde ich. Ja, vor allem, weil es trotzdem in den 40 Minuten schon so kurzweilig ist, dadurch, dass es halt immer wieder diese, ja, episodenhaften Geschichten in der Geschichte gibt. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und auch dann eben seine Sachen, dass dieser eine Jogi ja praktisches Schweben lernt, wie sie dann das umgesetzt haben zum Zeugen, also wirklich wie ein Theaterstück. Als würdest du, was weiß ich, in der Lander-Stadthalle drin sitzt und schaust da gerade irgendetwas von der Grundschule an, wie sie vorführen. Wow, hei, heute lässt aber mal die Kulturkeule richtig schwingen. Ja, da musst du auf die Bibliothek nehmen, am Rathaus. Ja, im Rathaus, im Rathaus. Im Rathaus, ui. Alles im Rathausgebäude. Das ist ja damals auch das Büro vom Wäuerstoffer Bürgermeister angeblich das teuerste Büro Deutschlands war. Angeblich teurer als der Merkel ist. Er hat sich auf alle Fälle in seinem Bürotisch, in Wäuerstoff ist einmal so Keltengold gefunden worden und da hat er sich so ein Glasding einarbeiten lassen in dem Bürotisch, dass man dann von oben, wenn man drauf schaut, liegt das Gold da mit drinnen. Also nicht protzig. Schön bodenständig. Die Geschichte klingt so, als wenn das die nächste Filmidee wäre von Wes Anderson, dass es so für Filme kommt. Aber da müssen wir ein bisschen die Lokalitäten hier ein wenig hervorheben, weißt du schon? Da müssen wir da unsere Orte ein bisschen pushen. Auiburg. Auiburg, weißt du schon? Ja, ja, da muss die Burg damit so kommen. Ja, die von Aalen geführt wurde. Nein, wir haben 1890 ja eine ziemlich krasse Rebhuhn-Blauerge gehabt, aber da müssen die mal eine extra Folge drüber machen. Also das sind wirklich viele. Gescheiterfahlrunden. Ja. Also wir machen mal gescheiterfahlrunden über Rebhühner und da trinke ich vorher vier Häube und dann geht es erstmal ab. Ich arbeite mich dann an das Thema der Burg, die von Aalen geführt wurde. Ja, sehr schön. Dann haben wir die Entstehungsgeschichte zur Aalburg. Was ich sagen wollte, ich habe die anderen Kurzfilme nämlich auch noch nicht gesehen und habe da auch viel Bock drauf. Also es gibt aktuell bereits schon drei weitere Kurzfilme dazu oder ich glaube mindestens zwei oder da kommt jetzt dann. Der Schwan, Der Rattenfänger und Gift und so wie ich das verstanden habe, hängen die sogar irgendwie alle zusammen. Also es ist auch immer irgendwie der Benedict Cumberbatch dabei, aber das ich noch nicht gesehen habe, kann ich nur nicht als erster Hand davon berichten. Und ich glaube es ist eine Komplettversion mit alle vier Filme in eurem Stück drin und auf Netflix, wenn ich das richtig sehe hier. Es gibt nämlich noch, ich sehe was, was du nicht siehst, vier unglaubliche Geschichten. Sollte so sein, ja. Aus dem Roald Dahl, wie heißt der Roald Dahl, seiner Fee, da stammt ja übrigens auch Matilda. Matilda. Ja, der Film mit dem kleinen Mädel, das dann ein bisschen telekinetische Kräfte hat. War mein erster Kinofilm. Damals im Landaukino, noch lange bevor es das Cookie war. Da glaube ich war Freikarten in der Zeitung, ist damals verteilt worden. Das Kino war grammatvoll mit lauter kleinen Kindern und mir. Und dann haben wir uns Matilda angeschaut. Das war eigentlich ein bisschen. Immer wenn du sowas verzeihst, dann beidelt es mich innerlich so ein bisschen. Ich war auch ein kleines Kind zu der Zeit. Ach so. Ja. Wenn ich sage, es ist mein erster Kinofilm. Dann wird es nicht gestern gewesen sein. Ach so. Ja. Ich bin mal, oder? The wonderful story of Henry Sugar and three more. Okay. Also ist es da doch dann schon raus? Aber ich glaube, ich habe gelogen und die Cumberbatch ist wahrscheinlich da doch nicht überall dabei. Schaut es euch selber an. Überzeugt euch vom Gegenteil. Du hast was für euer Geld. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, dass wir euch, da ist da unsere Forderung. Ja eben, wo sind wir denn? Wo kommen wir denn hin? Ja, dass er ein Kurzfilm ist, sollte man vielleicht nicht allzu lang darüber reden, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, ich wollte mal fragen, für was hat er denn eigentlich einen Oscar gekriegt? Ja, für den besten Kurzfilm. Ja, schau her. Logo. Logo, Alter. Ganz klare Sache. Ja. Ganz klare Sache. Der Bellen liegt es auf Binnen und sagt, gib her, gib her, gib Oscar. Gib. Gib diese. Ja, so, dann gehen wir mal zum Fazit. Karni, was hat dir denn sehr, sehr gut gefallen und was war eher sowas, wo du sagst, Mensch, Wes, sie werden aber gescheite Filme machen. Was mir sehr gut gefallen hat. Das ist mir schwierig, weil ich, wenn ich auf so einer Filmeisel vom Wes Anderson bin, dann fühle ich mich allgemein immer recht wohl. Da würde ich mir immer wünschen, dass der Ralf Vene und der Denis Veneulene auch da sind und wir drüber dann schwadronieren können. Aber wir haben das, was ich vorher schon gesagt habe, diese Aufmachung wie ein Theaterstück ist mein persönliches Highlight. Das finde ich richtig, richtig geil. Das ist richtig schön zum Anschauen und es ist einfach immer schön, wenn er mal ein Film wieder was anders macht. Deswegen ist das mein Highlight. Und mein Flop, weil mein Flop ist bei dem Film richtig gemein, weil ich nicht weiß, was ich da sagen soll. Kannst du nicht anfangen damit und ich kann mir das noch weiter überlegen, weil ich überlege, seit ich den Film angeschaut habe und mir fällt da kein Flop ein zu dem Film. Du musst aber. Ja, ich weiß schon, leck mich doch. Ja. Es gibt doch einmal Mühe in deinem Leben. Du bist mit deiner scheiß Aggression, Euwe. Wir können mir nie in Ruhe was aufnehmen, weil du so aggressiv bist. Was ist mein Flop? Dann sage ich, dass mein Flop ist, dass ich den Film nicht echt auf einer Theaterbühne sehen kann. Okay, lasse ich gaten. Einmal. Mein Top ist tatsächlich diese Szene mit den Ärzten, mit dem Dev Patel und mit dem Richard Ayoid. Hallo. Weil, auch wenn der Benedict Cumberbatch natürlich immer geil spielt, er spielt halt immer geil. Weißt du schon? Und die anderen beiden, genauso wie du es vorhin gesagt hast, dieses Hin und Her kommentieren, was sagen, wieder kommentieren, was sagen, was kommentieren, was sagen. Ich finde das so cool. Aber wie du es da schon gesagt hast, ich glaube, wenn ein Film nur so wäre, dann würde ich irgendwann kotzen. Ja, ich glaube. Ich glaube, irgendwann war das echt zu früh. Und bei Flop, also tatsächlich endet er für mich ein Stück weit abrupt. Und das finde ich cool, weil, also wenn es dann eigentlich ausschaut, dann merkt es vielleicht auch. Er hat ein sehr, sehr schnelles Ende. Obwohl es halt dann irgendwann schon da sitzt und so nach 35 Minuten dir denkst, ja, aber da kommt doch bestimmt jetzt noch einiges. Jetzt geht es ja erst richtig los. Und dann, tja, ist es halt so. Gut, ich meine, wenn man es natürlich in Kombination mit den anderen drei Filmen dann ausschaut, dann wird der Film wahrscheinlich auch hübsch lang dauern. Aber ja, das ist einfach Meckern auf hohem Niveau. Ja, ist bei dem Film echt so. Ja. Da kann man sich eigentlich über nichts beschweren finden. Also finde ich jetzt auch persönlich, dass ich für 40 Minuten habe ich köstlichste Unterhaltung gehabt. Ich meine, gut, über eins kann man sich ja beschweren. Und zwar, Kari, kann man in dem Film den Titten davor? Ah, leider nicht. Tja, 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 tja. Ich glaube, der Jogi zeigt ja mal so ein Nippelchen. Maybe, maybe. Aber es klang nicht einmal für Halberts Täter, die sagen. Nein, nein. Trompetentechnisch ist der Film auch relativ schwach. Ja, auch wenn der mit der Jogi schwebt und so Dinge hat, wo was aussehen kann, aber es hängt nichts raus. Nein, richtig. Ja, und dann haben wir natürlich das gute alte tote Tiere Phänomen. Kann mich an Kans erinnern. Ich auch nicht, nein. Tja, eigentlich hat der Film dann dadurch den Oscar nicht verdient. Wenn er ein bisschen ein Rückgrat hat, der Wes Anderson, dann gibt er ihn zurück. Ja. Oh Gott. Nur ein bisschen Charakter wünsche ich mir von manchen Leuten, weißt. Und dann, naja. Ja. Werde schon wissen, was er tut. Also ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie diese Folge ankommt, weil ich kann unsere Hörer manchmal nicht so richtig einschätzen, ob die... Weil das auch lauter Breide sind. Was? Weil das auch lauter Breide sind. Sag doch mal Breide. Breide. So wie du das aussprichst, das klingt so, als würde es jetzt gleich anfangen zu rappen. Hätte ich auch was tun. Das ist bei mir immer ein schmaler Grad. Ja. Ich muss immer richtig zusammenreißen, dass ich da vor mir fette Sixten-Bars spitte. Rhymes. Rhymes. Ja, da bin ich wieder am Bars spitten. Okay. Ja. Daher sagt es uns. Schreibt es in die Kommentare. Was erhaltet sich überhaupt vom lieben Wes Anderson? Sollen wir da ein bisschen mehr mal besprechen? Und ja, Carly, ich bin sehr stolz auf dich, dass du mal deine filmischen Minuten dazu genutzt hast, um deinen Horizont zu erweitern. Nachdem du 1977 das letzte Mal ein Buch gelesen hast. Ich gefühlt lese ich seit 1977 ein Buch, weil mit dem Scheiß Krieg und Frieden nie mehr es fertig werden wird. Ja, lass es halt dann. Nein, ich habe da schon 800 Seiten. Ich werde jetzt sicher nicht aufhören. Dann lese ich gleich die Bibel. Habe ich auch schon angefangen, aber das ist langweilig. Okay. Bist du im falschen Kapitel? Eigentlich in die guten, weil das alte Testament ist der reinste Splatterfilm. Okay. Naja, gut. Also von dem her, schreibt es uns in die Kommentare, was ihr von. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hält, 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 hält. Gehalten haben würdet. Richtig, genau. Hättet ihr ihn gesehen haben. Dann sage ich bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vor der Eisel. Mein Gott. Tschüss. Wiederschauen. Wiederschauen. Du musst stoppen. Schau dir einfach nur. Wiederschauen. 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 Wiederschauen.